Tja, grüße euch zur nächsten Programmvorschau, auch dieses Video von My Labiachen liegt schon ein paar Tage zurück, bin dann mal wieder so mehr oder weniger per Zufall draufgestoßen und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich kann da die Hufe nicht stillhalten, ich kratze da ganz arg und da könnt ihr dann wieder das ein oder andere erleben bei VK, bei Bitchute, bei Telegram, bei Odyssey, die sich den Trailer bei Wendus TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Ich bezweifle natürlich weitestgehend, da noch irgendwas mitzureißen, aber zumindestens die Hoffnung stirbt zuletzt und immer wieder das, wenn es einer sieht und lässt sich dann ein bisschen umstimmen oder denkt vielleicht ein bisschen kritischer oder durchschaut dieses satanische oder satanistische Spiel. Wäre schon einiges getan, also dann nochmal vielleicht bis gleich. Tschüss.